So, weiter geht es an der Stelle, an der wir auch aufgehört haben. Ist ja auch logisch. Ich musste einen Teil wieder neu spielen. Nur ganz kurz den Weg bis hierhin. Oh nee. Oh nee. Nee. Mhm. Was? Die Einzige? Ja, ich verstehe. Oh Gott. Oh ja. Okay. 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 I read about this in the Exegesis. It was all true. Mhm. Okay. 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 Wir haben jetzt hier so einen kleinen. Ähm. Ein kleines wärst du bitte so freundliches Problem wie von Bioshock. Ich bin wohl. Ich bin wohl. Okay. Okay. Hey Rania. Are you there? I have to talk to you. Jen. I don't want to take any calls. Jen. Kamis. Why won't you talk to me? Oh oh. Oh oh. What's happened? Oh oh. What's happened? You would love Cremeur. You would love Cremeur. I just had the salt yogurt milkshake and it was heaven. Anyway. I'm hiding because I have to tell you about Ellie. She is so. I'm sorry Ava. I've got a lot going on right now. I can't quite understand. Sure. I'll just tell you a couple of things real quick. Okay. So Ellie comes in wearing this amazing number. Backless dress. Beat up sneaks. It was the cutest thing I've ever seen. I could barely take my eyes off her. Everyone else in the restaurant was staring too. She was shining. That's nice Ava. I just. Anyway. I tell her all about you. How I have this new friend who works deliveries. Deliveries. She could not believe it. It's amazing how her friends write. Oh Fatma. Yeah. Anyway. I give her the full story. How you chose my outfit. All the adorable things you said. How you fly all over the city meeting people and bringing them packages. It's like you're this visitor who just drops in on people's lives and learns their story then disappears into the night. Okay. It's not like that at all Ava. I just. Oh sure. It's hard work probably. I bet you have to get your own coffee. It must be lonely too. No. No friends. No family. No nagging husband. But that's kind of romantic. You know. Just you and the hum of your hover engine and the lights in the city night. Sorry I'm going on and on. I just have to get home. I just want to go home. Camus. Jen. Why? Disable. Help. Still. No. Few minutes. Sleep mode. Wow. You don't sound good. Well. Let me cheer you up. The outfit you chose. You want to know what Ellie thought of it right? You're not going to believe this. I feel like I'm losing my mind. You're the only person speaking to me. You're the only person speaking to me. Why? Warum hat jeder mich verlassen, wenn ich sie brauchen? Also, keine Angst. Ich werde dich in Ordnung. Ich werde schnell sein. Also, Ellie ist für mich, und wir werden die Kreme trifle für Dessert. Aber ich werde dich später, auch. Also, über deine Faschen-Fähigkeiten... All ich kann sagen, ist... Wow! Das ist gut, Ava. Hey, I have a great idea. How about, after my date, I take you out? Look, I know you're working, but what if... You didn't have to. Hear me out, okay? And trust me, when I say, this is not just because I think you're cute as a button. I need a PA! I'm blowing your mind, right? A new job working for me! It would be spectacular! What do you think? Ava, I... No more deliveries, just me and you! I don't know what you get paid right now. 10K a night? What? No, not near. Seriously? What the hell, girl? Well, look, you won't need to worry about money. I've even got a little place in Upper Midtown. It's yours, till you find a place of your own. I'll need you close by anyway. Shopping, lunches, planning my diary. It'll be hard work, but we're friends, right? It'll be fun! Ava! I'm in trouble! Puff, whatever it is, my husband will sort it out. He's always saying, I need better help. If you have debt or whatever, it isn't a thing anymore. I'll sort everything for you. Seriously? Just say yes! Just say yes! I'm in trouble. They'll find me at home. But I have to go home. Then come stay at the place. You can start tomorrow. Rania, do what I say, okay? Just say yes! Yes. Uh, yes. Spectacular! Send me now, Paul. Wow. Sie rettet mich. Oh, wie geil. Uh, das war knapp. Ich wüsste zwar furchtbar gerne, was passiert wäre, aber... Ich fliege jetzt zu meiner neuen geilen Wohnung. Oh Gott, ich bin ja langsam, oder? Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, ich bin drauf, die tausend Mann, also nicht ich, sondern Rangia, Rangia, unverschuldet. Na, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Der nächste. Na komm, da muss ich aber da kommen. Ah, der hält. Moment. Das muss ich immer noch mitten und ich muss hier rüber. Alter, ich seh fast nix mehr. Was ist das für ein Bellen? Lass mich warten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also was dieses DLC Sachen Atmosphäre macht, ist schon brutal. Hör auf jetzt. Ja, mach, 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 geh runter. Oh Gott. Kannst du pitteln? Wärst du so freundlich? Alter. Was? Nein. Ich will nicht mehr... Äh, ist das nicht richtig? Ähm, ja. Äh, nein. Äh, was? Äh. Das war der falsche, oder? Warte. Warte. Oh Gott, das ist echt eklig. Aber jetzt, komm, 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 komm. Das bringt uns dieses Society-Göre. Tatsächlich rettet hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist noch ne Falle. Haha. Alter, das ist so übel. Aber ich bin nicht zu Hause. Alter, das ist so übel. Wieso bin ich zu Hause? Aber ich bin doch gar nicht zu Hause. Alter, wieso bin ich zu Hause? Ich bin nicht zu Hause. 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 Okay. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause. Das ist so. Das ist die Natur von Palad 4.0. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Oh Gott. Ja. Das ist ein R. Das ist ein R. Danke. Ich glaube, das ist ein wenig. EARLIER